Was ist das Lieblingsspiel von Seeungeheuern? Schiffe versenken. In der Schule, sagt der Lehrer zu seiner Klasse. Wer die nächste Frage richtig beantwortet, darf nach Hause gehen. Daraufhin wirft Anton seinen Stift nach vorne, sagt der Lehrer. Wer hat diesen Stift geworfen? Anton, das war ich. Bis morgen. Was steht auf dem Grab eines Gamers? Game over.